Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgefahren nicht dabei seit letzter Schluss. Dieses Mal geht es um ein Projekt, was erstmal relativ simpel klingt, aber was doch einen gewissen Schwierigkeitsgrad hat. Ich habe ein LCD, was ich schon über 10 Jahre rumliegen habe, versucht mit einem Raspberry Pi anzusteuern, damit es wirklich Buchstaben und Zeichen ausgibt. Ist mir auch gelungen, aber dieses eigentlich sehr einfach aussehende Projekt hat ein bisschen länger gedauert und dabei habe ich sehr viel nochmal Grundlagen zur Elektro-Digitaltechnik C und C++ wiederholt und an dem Ganzen lasse ich euch jetzt mal teilhaben. Also dieses ist eine von den eher schwer verdaulichen Folgen, wo ihr aber sehr viel mitnehmen könnt. Also bleibt dran oder guckt was anderes. Erstmal so ein bisschen grundlegend. Also da ist so ein LCD, also das wo die Buchstaben und Zeichen allgemein angezeigt werden, ist da rechts im Bild. Oder vielmehr für euch natürlich in der Mitte im Bild. So sieht dieses Dings aus. Also das LCD ist das eine Stück und da ist auch noch ein Chip bei, so ein Controller. Das hieß mal so hier. Ihr kriegt das unter dem sowieso nicht mehr bestellt. Also dieses Display mit LCD und Chip, das könnt ihr so nicht mehr kaufen. Allerdings diesen verwendeten Chip, den sie ja drin haben, diesen HD44780, den gibt es immer noch, beziehungsweise es gibt auch Nachbauten von denen, die sich genauso verhalten. Und dann gibt es LCDs, die mehr oder weniger Zeilen haben und mehr oder weniger Zeichen in einer Zeile haben. Also vom Prinzip her ist es ähnlich, auch wenn ihr das exakt so nicht mehr kaufen könnt. Also es geht heute auch sehr viel um Grundlagen dabei, nicht um das aktuelle Produkt, weil es das nicht mehr gibt. Das Ganze hat bei mir zwei Zeilen und ich kann jeweils acht Zeichen pro Zeile darstellen. Wir haben hier diesen Controller, der allgemein dafür da ist, um diese Dot Matrix LCD Module anzusteuern. Und den gibt es auch bei Wikipedia, da steht noch ein bisschen mehr dazu. Dieser Chip ist erstmal grundsätzlich dafür da, dass die Zeichen, die wir daran übertragen haben, an diesen Chip, auch dauerhaft gesetzt sind. Natürlich so lange wie Strom da ist, aber wir müssen diese Zeichen nicht ständig wieder auffrischen. Und bei diesem Chip, der kommt aus Japan, darum gibt es japanische Zeichen. Und überwiegend ist es ASCII Zeichensatz. Wir finden auch Umlaute und Sonderzeichen, die allerdings nicht unbedingt an der richtigen Stelle liegen. Und teilweise sind sie durch japanische Zeichen überschrieben. Aber es ist sehr viel Schönes mit dabei, sodass man damit eigentlich alles darstellen kann, was man so mit Buchstaben und Sonderzeichen machen kann. Also ist natürlich kein Grafikdisplay. Es ist ein Zeichendisplay, wobei diese Zeichen, die verschiedenen Muster, direkt in dem Chip drin sind. Dann haben wir hier vier Datenleitungen, die richtig angesteuert werden müssen, um damit 8-Bit-Zeichen darstellen zu können. Also diese Zeichentabelle, die ist 256 Zeichen groß, also 8-Bit quasi ausgenutzt. Und ja, da sind verschiedene Zeichen drin. Und da es nur vier Datenleitungen gibt, muss man dieses 8-Bit-Zeichen noch in zwei 4-Bit-Zeichen quasi zerhacken. Und der Chip setzt das in der wieder zusammen. Dazu kommen wir auch noch. Dann habe ich bei YouTube geguckt und ich habe auch ein über 10 Jahre altes Video gefunden dazu, wie das aussieht. Und dieses LCD-Modul, da ist normalerweise so ein dünnes Flachbandkabel dran. Ja, das will man vielleicht loswerden. Und in diesem Video geht es darum, wie man das los wird, wie man das ablötet. Und wie man da neue, also irgendwie so ein dickeres Flachbandkabel wieder dranlötet. Das macht ein YouTuber da ganz gut. Ja, genau. Guckt euch das mal an, damit ihr ein bisschen genauer wisst, wie das aussieht, auch wenn ihr es nicht mehr kaufen könnt. Ja. So, dann Grundlagen. Es geht ja heute viel um Grundlagen, also sowas wie Spannungen. Der Raspberry Pi hat zwei Spannungslevel. Also die 3,3 Volt und die 5 Volt. Wir haben dort verschiedene Anschlüsse, also so einzelne Pins, nackte Kontakte, wo man was anschließen kann. Die heißen GPIO, General Purpose Input Output, also allgemein brauchbare Ein- und Ausgabe. Da können wir auf diesen Pins entweder was ausgeben. Also wenn man jetzt eine LED anschließt, leuchtet die oder leuchtet sie auch nicht, wenn die Spannung da ist. Oder ja, es leuchtet nicht, wenn keine Spannung da ist. Und der Pi gibt da 3,3 Volt drauf. Entgegennehmen kann er auch Spannung, indem man einen Taster betätigt zum Beispiel. Dann gibt man auch so einen Pin 3,3 Volt drauf. Und das ist denn eine logische Eins. Ja. Man sollte da nicht mehr drauf geben. Also wenn man jetzt hier diese 5 Volt, das andere Spannungslevel, was der Pi selbst bietet, drauf gibt, dann wird man das wahrscheinlich kaputt machen. Also wirklich immer mit den 3,3 Volt arbeiten. Über diese vorher definierten Spannung, also 0 und 3,3 Volt, kann man intern logische Bittzustände darstellen. Also 0 Volt ist denn Aus, False oder 0. Und 3,3 Volt ist denn das Gegenstück Untrue oder 1. So funktioniert die Digitaltechnik letztendlich. Also wir definieren uns zwei Spannungslevel, die möglichst weit auseinander liegen. Andere Systeme arbeiten auch mit höheren Spannungen, sodass das wirklich funktioniert und auch störungsfrei genug ist. Also wenn ihr jetzt irgendwie von draußen was einstrahlt, dann kriegt man nicht unbedingt hier eine saubere 0 Volt und eine saubere 3,3 Volt Spannung ausgelesen. Sondern das liegt irgendwie dazwischen. Und indem man jetzt Werte wählt, die möglichst weit auseinander liegen, kann man diese Störeinflüsse denn ganz gut rausrechnen. Also das, keine Ahnung, alles was unter 1,5 Volt ist, ist dann 0 und alles was da drüber liegt, ist an. Bei dem Pi haben wir zwei Dauerspannungen, die wir auch wieder über so einen Pin, über so einen blanken Kontakt abgreifen können. Wir haben diese 3,3 Volt und die 5 Volt. Das sind Versorgungsspannungen für kleinere Anbauten, für Bauteile. Man kann ja nicht so wirklich viel Strom rausziehen. Also von daher, ja, also kleinere Sachen wie so eine LCD kann man drüber anschließen. Aber zum Beispiel keine externe Festplatte oder sowas. Also was wirklich viel ziehen würde. Was ist jetzt, wenn man Spannungen haben möchte, die nicht unbedingt dem entsprechen, was direkt rauskommt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Volt haben möchte, da gibt es so eine relativ einfache Spannungsteiler-Schaltung. Könnt ihr auch bei Wikipedia nachgucken, da steht es nochmal genauer oder ihr könnt das hier berechnen. Ich habe das einfach mal rausgegriffen. Es gibt viele andere Seiten, die sowas auch berechnen, aber da steht es auch. Guckt einfach nach Spannungsteiler, wenn euch das interessiert. Das Ganze funktioniert mit dieser einfachen Schaltung allerdings bloß, wenn relativ wenig Leistung gebraucht wird. Also so ein kleines LCD, das kriegt ihr damit vielleicht hin. Aber wenn ihr jetzt einen größeren Verbraucher habt, dann funktioniert das nicht mehr so gut oder auch gar nicht. Also guckt da gerne mal nach. Da gibt es hier Spannungsteiler belastet berechnen. Da sieht das anders aus. Aber gehen wir jetzt von dem einfachsten Fall aus. Wir möchten hier 4 Volt haben, am Ausgangspunkt der U2 heißt. Und dann dementsprechend wird an U1 hier eine Spannung von 4 Volt gemessen. Also die ist dort so. Denn das ergibt sich aus den 5 Volt, die wir haben als Eingangsspannung und den 4 Volt, die am U2 benutzt werden. Da bleibt also bloß noch 1 Volt nach. Dann wählen wir hier einen Widerstand bei R1, den wir so im Sortiment rumliegen haben. Also ich habe jetzt, weil das glatte Zahlen sind, einfach mal so genommen 1000 Ohm, 1 Kilo Ohm. Das legen wir fest. Und dann bei R2 bekommen wir dann einen Widerstandswert von hier 4 Volt, also das Verhältnis von dem, was wir haben wollen, im Gegensatz zu dem, was wir nicht haben wollen, mal den 1000 Ohm. Und da haben wir diese 4000, die wir da an R2 haben. Und damit haben wir so einen Spannungsteil da gebaut mit zwei Widerständen, die dafür sorgen, dass diese Spannung in zwei kleinere aufgeteilt wird. Also viel mehr Details dazu mit komplizierter Berechnung, Formelkram und was weiß ich alles gibt es dort bei Wikipedia. Guck da gerne mal rein. Diese Schaltung ist natürlich starre, also diese Widerstände, die verlötet man üblicherweise und dann sind die da so drin und dann bleiben diese zwei Spannungen, die es dort gibt, natürlich gleich. Also U1, U2 bleibt immer gleich. Es gibt allerdings auch ein elektronisches Bauteil, was Drehwiderstand, also da kann man wirklich dran drehen, dass so ein kleiner Pornökelteil rauskommt aus so einem runden Topf. Und da kann man diesen Widerstand beliebig einstellen oder das Ganze heißt auch Potentiometer. Und damit kann man die Spannung regeln. Also hier in dem Beispiel, was ich da habe, da schließt es dieses LCD direkt an und dort gibt es eine Spannung, die den Kontrast regelt. Und je nachdem, wie ich an dem Drehwiderstand drehe, kommt da irgendwas zwischen 0 und 5 Volt raus und dementsprechend ist der Kontrast höher oder niedriger. Dazu gibt es bei Wikipedia natürlich auch was. Potentiometer, guck da gerne mal vorbei. Damit haben wir jetzt diese ganz grundlegenden Elektrotechnik, Digitaltechnik, Punkte abgearbeitet. Und jetzt begeben wir uns zu den informatischen Grundlagen, die hier auch eine gewisse Rolle spielen. Also vielfach denke ich mal, also die Leute, die mit Python oder sonst irgendwas umgehen, die wissen vielleicht nicht unbedingt, wie das intern funktioniert. Und ja, irgendwie verschiedene Typen für Variablen ist vielleicht heutzutage auch schon ein Fremdwort. Darum wiederhole ich das hier mal so ganz grob. Also wir haben diese Bit-Zustände 0 und 1, die in dem physikalischen und elektrotechnischen Bereich mit zwei unterschiedlichen Spannungsleveln umgesetzt wird. Und ja, in der Informatik packt man das in Variablen rein und üblicherweise 0 und 1 ist ein bisschen wenig. Von daher braucht man größere Zahlen. Von daher packt man sehr viele 0 und 1 zusammen, die dann größere Zahlen oder anderweitig interpretierbare Daten ja widerspiegeln. Wir wollen ja letztendlich einzelne Buchstaben darstellen. Intern sind das wiederum Zahlen, aber man kann diese Zahlen als Buchstaben und Zeichen interpretieren. Also es ist wirklich Interpretationssache. Von daher gibt es auch verschiedene Zeichensätze, sowas wie UTF-8, UTF-16 oder ISO irgendwas. Also das ist wirklich reine Definitionssache. Ob hier zum Beispiel ein großes A, eine 65 ist oder das kann auch eine 128, eine 42, irgendwas sein. Das sind einfach Definitionen, die man trifft und so werden Daten interpretiert. Jetzt nochmal zurück zu dem, wie Daten abgelegt werden. Wenn wir jetzt eine 1 kodieren möchten, also eine Dezimale 1, dann kann man hier in so eine 8-Bit-Notation das erste Bit setzen. Also wenn das an ist, eine 1 dort steht, dann haben wir eine 1. Wenn es aus ist, haben wir eine 0 und man kann das Ganze auch anders interpretieren. Also man kann jetzt sagen, wir haben hier eine 1 Dezimal. Also Basis 10, wie man es kennt, mit 10 Fingern. Dann gibt es allerdings auch Hexadezimal, hat die Basis 16. Da haben wir die Ziffern 0 bis 9, wie man sie kennt aus dem Dezimalsystem. Und dann zusätzlich noch A bis F für die weiteren 6, die nicht mit den Fingern darstellbar sind. Das Binärsystem basiert auf einer Basis von 2, also an oder aus, 0 oder 1. Und man kann es dann umrechnen, 2 hoch und dann die Stelle des jeweiligen Bits, wenn das an ist, bekommen wir eine 1 und wenn es aus ist, kriegen wir eine 0. Und die Durchnummerierung beginnt bei 0, ist bei der Informatik häufig so, dass man nicht mit 1 anfängt, sondern mit 0. Es gibt auch Programmiersprachen, wo es mit 1 anfängt, aber üblicherweise fängt man mit 0 an. Wenn man jetzt eine 2 haben möchte, Dezimal 2, Hexadezimal haben wir immer noch eine 2. Wir sind ja hier im Bereich drin von 0 bis 16, das lässt sich hier abbilden und von 0 bis 9, das passt also auch. Da setzen wir also das zweite, beziehungsweise das erste Bit, wenn wir mit 0 anfangen zu zählen, und das ist dann 2 hoch 1 und das ist dann die Wertigkeit 2. Und so ist das dann mit der 4 hier und mit der 8 und mit der 16. Da haben wir jetzt diese Abweichung, Dezimal ist es eine 16, aber bei Hexadezimal, also da ist das denn hier eine 10. Ja, und das aktivierte Bit rückt immer ein Stück weiter nach rechts. Wenn man jetzt andere Zahlen kodieren möchte, dann muss man die irgendwie ja darstellen mit diesen 0 und 1. Wenn ich jetzt hier eine Dezimale 21 haben möchte, wird das Hexadezimal zur 15 und dann ergibt sich dieses Bitmuster an, aus, an, aus, an, aus, 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 dreimal aus. So, und das haben wir jetzt, oder wir fangen von hinten an. Da passt ja in die 21 die 16 super rein. Die nächste Wertigkeit wäre eine 32, das ist zu groß. Also 21, 16, das brauchen wir auf jeden Fall. Und 16 plus 4, dann sind wir schon bei 20. Und dann brauchen wir noch einen oben drauf, dann sind wir bei 21. Und wenn man jetzt diese ganzen einzelnen Bits mit der Wertigkeit nimmt, jedes Mal umwandelt in die Dezimalschreibweise, weil uns das halt geläufiger ist, und das Ganze addiert, landen wir bei der 21 und bei diesem Bitmuster. So funktioniert das intern, üblicherweise, es gibt noch Detailfragen, sodass das manchmal anders sein kann. Wenn man jetzt noch ein Vorzeichen bei den Zahlen hat, dass man auch negative Werte haben kann, dann wird ein Bit nochmal verwendet, um die Negativigkeit von der Zahl zu speichern. Aber prinzipiell funktioniert das so, und wenn man jetzt Kommazahlen hat, dann wird das nochmal anders kodiert, ist ein bisschen komplizierter. Aber damit ihr das grundlegende Prinzip dabei versteht, denn das brauchen wir gleich. Für den Quelltext, den ich da gleich auch nochmal zeigen werde, geht es darum, dass man gucken kann, welches Bit gesetzt ist. Wenn ich hier jetzt gucken möchte, ob das erste, beziehungsweise das nullte Bit gesetzt ist, dann kann ich hier so eine Bit-Operation verwenden. Da gibt es verschiedene. Interessant ist in diesem Fall die Und-Bit-Operation. Also das ist einfach so ein Kaufmanns-Und. Damit werden zwei Zahlen binär veruntet. Also das heißt, dass die eine Zahl hier, zum Beispiel die hier, und die andere Zahl an der jeweiligen selben Stelle eine 1 stehen haben müssen. Wenn jetzt bei einem eine 0 steht, dann ergibt das 0. Und nur wenn beide eine 1 haben, dann haben wir dort eine 1 im Ausgabewert. Und in diesem Fall ist das dann, ja genau, also das ganze Zeugs und das hier ergibt das hier, weil dort wirklich bloß das erste gesetzt ist. Und je nachdem, wie das im ersten hier wäre, hätten wir dann als Ergebnis eine 1 oder eine 0 an der Stelle. Und ja, wir haben die 1. Und hinterher kann man dann überprüfen, ob nach dieser Und-Operation das Ganze der 1 entspricht. Dann ist es an der Stelle gesetzt und ansonsten nicht. Wir hatten ja schon mal am Anfang diese GPIO-Anschlüsse, womit man Dinge ausgeben kann, also 3,3 Volt oder auch nicht. Beziehungsweise so ein Taster anschließen, um zu gucken, ob ein Stromkreis unterbrochen oder geschlossen ist. Diese Raspberry Pi-Nummern, die haben einmal eine physikalische Benennung. Die stehen auf vielen Diagrammen drauf. Die sind einfach so durchnummeriert, damit man die physikalisch wirklich besser findet, dass man da denn was anstecken kann oder was festlöten kann oder sonst was. Dann gibt es allerdings auch noch diese Software-Abhängige Bezeichnung für verschiedene APIs, mit denen man darauf zugreifen kann. Es gibt die GPIO-Bezeichnung und die Wiring Pi-Variante. Die weichen blöderweise von der Art her ab. Also seht ihr ja auch in der Tabelle, dass die andere Nummern haben. Hätte man auch irgendwie gleich machen können, haben sie aber nicht gemacht. Dann haben wir zusätzlich auch noch ganz links in der Spalte den Display-Pin. Wir haben direkt auf der Rückseite bei diesem Display am Chip 10 verschiedene Kontakte. Die haben natürlich verschiedene Funktionen, was man damit machen kann, was man damit anschließen muss. Also zum Beispiel bei Masse müssen wir auf Ground, also auf 0 Volt direkt am Raspberry Pi anschließen. Das ist dort der sechste physikalische Pin. Versorgungsspannung braucht das Gerät genau 5 Volt, kriegen wir am zweiten Pin. Da sind die 5 Volt okay, weil die nicht an einen GPIO-Pin zurückfließen. Den werden wir sonst kaputt machen. Dann haben wir am dritten Display-Pin eine Kontrastspannung, die zwischen 0 und 5 Volt liegt. Das habt ihr in dieser Animation gesehen. Weil man so Zwischenwerte hat, ist der Kontrast höher oder niedriger. Und das kann man frei wählen, je nachdem wie man es haben möchte. Also eher Richtung 5 Volt, damit man ein bisschen was sieht. Und man kann dort direkt anschließen, 0 Volt, dann sieht man nichts. 3,3 Volt ist so ein bisschen flau und quasi 5 Volt, da sieht man das schon ganz gut. Oder wie in meinem Fall habe ich so ein Dreh-Poti angebaut, sodass ich das dann hin und her schalten kann. Dann haben wir am vierten Pin eine logische Funktion. Damit kann man den Chip in zwei Modi setzen. Der hat einen Befehlsmodus und einen Datenregister-Modus. Im Befehlsmodus setzt man an diesen Pin 0 Volt, also Ground, und kann den Chip initalisieren und ein paar andere Dinge mitmachen. Und in diesem Datenregister-Modus, da schiebt man die aufbereiteten Zahlen rein, die Buchstaben und Zahlen repräsentieren. Das schließen wir wiederum an dem Pin 26 an. Der ist frei programmierbar. Das ist so ein GPIO-Pin. Und die anderen, die wir vorher hatten, das sind statische Spannungsquellen letztendlich. Dann haben wir am fünften Display-Pin die Funktion Lesen bzw. Schreiben. Man kann auch aus dem LCD Dinge rauslesen. Das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen immer bloß schreiben. Also setzen wir den auf 0 Volt. Dann gibt es auf dem sechsten Display-Pin eine Taktung. Die wird an den Pin 24 beim Raspi angeschlossen. Und die sagt dem Chip da drauf, es liegen neue Informationen vor. Verarbeite sie. Und dann haben wir noch die Datenleitungen, die 4, 5, 6 und 7, die an den Display-Pins sitzen und an anderen Pins beim Raspi angeschlossen werden. Und das sind diese vier Datenleitungen, wo wir wirklich Informationen übertragen. Einmal Befehle und dann auch die Daten, die für die Buchstaben, Zeichen und so weiter zuständig sind. Und da es bloß vier Datenleitungen gibt, müssen wir es auch irgendwie aufteilen. Also aus unserem 8-Bit-Wert 2 mit 4-Bit zu machen. Und das kommt gleich im Quelltext. Dann haben wir hier nochmal so einen Überblick über die ganzen Komponenten, wie das miteinander verkabelt ist. Das ist so ein bisschen wirr, was die Kabelführung angeht. Das landet in so einem Steckbrett. Und von da geht es dann zu diesem Display und näher die andere Richtung zum Raspberry Pi. Da sieht man auch diesen Dreh-Poti, dieses schwarze Dings, was da dran ist. Da kann man dran drehen und so ändert man diese Spannungslevel, damit das LCD mehr oder weniger Kontrast hat. Kommen wir jetzt zur Programmierung. Also das Ganze habe ich jetzt in so ein C, C++-Programm gegossen. Das könnt ihr aus den Folien noch runterladen. Also das ist dann hier verlinkt. Und das basiert auf einem Python-Skript von schnatterente.net. Das gibt es allerdings nicht mehr. Aber wenn man jetzt bei Archiv.org guckt, ist auch verlinkt in den Folien, dann kann man das immer noch runterladen. In diesem Skript sind eine Menge Dinge drin, die man wahrscheinlich aus irgendwelchen Datenblättern zusammensuchen könnte. Also gerade was das Timing angeht, wie man das Display ansteuern muss und so weiter und so fort. Aber da war es schon mal ganz gut verständlich drin. Also von daher war das für mich so die Ausgangsbasis. Dann habe ich dir das Skript genommen, einmal bei ChatGPT reingeschmissen und gesagt, mach mir daraus mal ein C++-Programm. Das hat, sagen wir mal, überwiegend funktioniert. Ich habe das wirklich Zeile für Zeile überprüft, ob das wirklich stimmt. An einer Stelle gab es eine Halluzination. Da wurde irgendwas dazu gedichtet, was überhaupt nicht reingehört. Und so ein bisschen fies ist diese Benennung hier. Also diese GPIO-Nummern, die wurden in dem Python-Skript verwendet, weil das dann eine andere Bibliothek ist. Und für C, C++ brauche ich diese Wiring-Pi-Nummern. Gut, die wurden nicht übertragen. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Aber das wusste ich von vornherein, dass das wahrscheinlich nicht klappt. Aber was nicht funktioniert hat, ist das Timing. Also das war komplett daneben, weil diese Zahlenkonvertierung von, anders, Mikrosekunden? Ich glaube, Mikrosekunden zu Sekunden. Also da ist ChatGPT komplett daneben gewesen. Also es hat sich da mehr oder weniger irgendwas ausgedacht. Aber nachdem ich das denn Schritt für Schritt überprüft habe, angepasst habe, hat das auch funktioniert. Und ja, also mein Quelltext, der macht auch mehr als das, was hier so drin ist. Aber das war eine gute Basis, dieses Python-Skript. Damit wir das Ganze auch wirklich benutzen können, müssen wir es kompilieren. Da brauchen wir einen C++-Compiler, also hier den GNU-CPP. Der nimmt dann die Quellcode-Datei, also diese hier, und macht hinterher ein ausführbares Programm dabei raus. Also minus O bedeutet Output. Und dann müssen wir noch diese Bibliothek dazu linken, diese Wiring-Pi-Bibliothek, damit man auf diese Pins bei dem Raspberry Pi zugreifen kann. Dafür ist das Ganze da. Da habe ich euch nochmal einen Link reingeschmissen. Da könnt ihr ihn auch noch nachgucken, wenn ihr euch das angucken möchtet, was man noch mit dieser Bibliothek machen kann. Ja, und hinterher starten wir das Ganze so im aktuellen Verzeichnis. Und dann kommt hier so ein Parameter, in Anführungszeichen, wenn Leerzeichen dazwischen sein sollten. Der Text für die erste Zeile darf allerdings ja bloß acht Zeichen lang sein. Wenn es kürzer ist, werden halt Zeichen nicht verwendet. Die bleiben dann halt, ja, also leer. Also die werden nicht dunkel. Und dasselbe gilt dann auch für die zweite Zeile. Nun ist es an der Zeit, da mal reinzugucken, was ich da so gebaut habe. So. Das hier ist es. Also ungefähr so lang ist es. Aber ich habe auch relativ viel Kommentare reingeschmissen und noch ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Wir beginnen dabei mit dem Einbinden der verschiedenen Header-Dateien. Einmal wiring.py. Da sind die Funktionen definiert, sodass man die in so einem C++-Programm hier verwenden kann. Dann gibt es stdio für Input-Output, String-Funktionen und irgendwie so ganz allgemeine Funktionen für alles Mögliche. Dann haben wir hier die Liste mit den verschiedenen Pins. Moment, das geht bis Display da. Genau. Also da habe ich mir auch nochmal reingeschrieben, was ich wo anschließe. Also das entspricht dieser Tabelle, die ich da schon gezeigt habe. Und hier habe ich das als erstes so aufgeschrieben, was mit wem verdrahtet werden soll. Also hier der erste Pin am Display, der kommt an Ground, an Masse. Der zweite braucht 5 Volt. Dann haben wir hier die Kontrastspannung. Dann haben wir hier dieses Register Select. Und ja, die ursprüngliche Bezeichnung ist GPIO 7, wird dann zur 11 in wiring.py. Und so weiter und so fort bis zu den Datenleitungen runter. Dann haben wir hier so eine Definition dafür, dass wir nur 8 Zeichen pro Zeile haben. Bei dem ursprünglichen Skript waren es ein paar mehr. Also dieser Chip, der da drin verbaut ist, der kann verschiedene Displays ansteuern und muss man halt richtig definieren, was jetzt wohin gehört. Dann haben wir hier Speicheradressen, wo Informationen hinterlegt werden, um damit die erste oder die zweite Zeile mit Informationen zu bestücken, also Zeichen einzuschreiben. Das ist einmal hier die Hexadezimal 80 und für die zweite die C0, entspricht Dezimal 128 und 192. Das ist einfach festgelegt. Da muss man Werte hinschreiben und dann werden die auch angezeigt. Dann auch noch was, um das Leben ein bisschen leichter zu machen. Also diese Definitionen hier, die werden, bevor der Quelltext übersetzt wird durch den Präprozessor, umgewandelt in das, was danach steht. Also aus hier Display, CHR. Da kann man denn in dieses Datenregister was reinschreiben, also ein Zeichen, ein Character. Und das ist dieser Zeichenmodus von dem Chip. Der hat die 1. Und dann gibt es auch noch den Kommandomodus, also so ein Befehl übermitteln. Und das landet in diesem Befehlsregister. Die sind durchnummeriert, hatten wir gesehen in der Tabelle. Und das ist die 0. Und damit das für Menschen einfacher ist, gibt es hier diese Bezeichnung. Display, Character, Display, Command. Wichtiger Punkt ist diese Taktung hier, in welchem Rhythmus wir auf diesen Chip zugreifen müssen. Also wenn es größere Abweichungen gibt, dann gibt es bloß Müll auf diesem Display. Da stehen da irgendwelche komische Zahlen und Buchstaben und Sonderzeichen, die wir nicht haben wollen. Oder es tut sich auch gar nichts. Also wir müssen uns daran halten, an diese 500 Mikrosekunden, beziehungsweise wir haben 2 Megahertz. Und damit wird auf das Ding zugegriffen, damit das Ganze funktioniert. Und das ist das, wo ChatGPT irgendwie komplett im Wald war. Dann haben wir hier, oh nee, ich mache das mal andersrum. Wir haben ein Hauptprogramm, ein Programm, was Main heißt. Das ist so definiert, dass es immer so heißt. Dann haben wir als ersten Parameter, das ist die Anzahl der Kommandozeilen, Parameter, die übergeben werden. Also sowas wie einmal der Kommandoname, also der Name des ausgeführten Programmes. Das ist das erste Argument, also das nullte Argument. Und dann kommen die weiteren Argumente, wie was steht in der ersten Zeile und dann was steht in der zweiten Zeile. Das haben wir dann hier drin in diesem ArcV. Das ist ein Area, da stehen diese einzelnen Kommandozeilen-Argumente drin. Als erstes machen wir hier eine Initialisierung für das ViringPie. Diese Funktionen aufrufen. Wenn der Rückgabewert jetzt minus 1 ist, bedeutet das, das ist ein Fehler gewesen. Hat irgendwas nicht funktioniert. Dann gibt es hier so eine Fehlermeldung. Hat nicht funktioniert. Und dann beenden wir diese Funktion, diese Hauptfunktion. Und damit wird auch das ganze Programm beendet mit 1. Dann haben wir diesen Fehlercode 1 auch zurückgegeben. Also das Programm ist beendet. Fehlercode 1. Und alles, was von 0 abweicht, ist ein Fehler. Und damit kann man es auch überprüfen. Dann habe ich als nächstes, ob genau zwei zusätzliche Kommandozeilen-Argumente übergeben werden. Also Zeile 1, Zeile 2 und der erste Parameter, also der 0. Parameter, ist der Name von dem Programm selbst. Also gucke ich hier, ob irgendwas von 3 abweichend an Kommandozeilen-Argumenten übergeben wurde. Obwohl ich ja bloß zwei wirklich Sätze dabei. Dann, ja, dieses %s, da wird ein String eingefügt, also ein kleiner Text, in das, was hier vordefiniert ist. Und das ist in dem Fall hier argv0, also der Name von dem Programm selbst. Wenn ich das jetzt umbenenne, dann würde da was anderes stehen. Ansonsten steht da, wie heißt das, Displaytest, glaube ich, habe ich es genannt. Und, ja, also das passt sich dynamisch an. Wenn die Anzahl der Argumente nicht übereinstimmt, ich habe nicht zusätzlich 2 übergeben, dann bekomme ich hier einen Fehlerwert von 2 auf der Kommandozeile wiederum zurückgegeben. Ja. Dann habe ich hier noch auskommentiert, so ein Debug-Code, wie viele Kommandozeilen-Parameter wurden ausgegeben. Also ich lasse mir anzeigen, was in der Variable argc drinsteht. Und dann fange ich hier an, die einzelnen Pins beim Raspberry Pi alle auf Ausgabe zu setzen. Also ich möchte hier an das Display Informationen übertragen. Ich möchte von dort ja nichts zurücklesen. Also ist es eine Ausgabe aus der Sicht des Raspberry Pis. Also jedes Mal Output an den einzelnen Kabeln, die dort angeschlossen sind. Dann gebe ich dem LCD hier so ein paar Codes, damit sich das ja zurücksetzt. Und ja, irgendwie so, so ein Initialisierungszeugs. Das gucken wir uns einmal an, was da drin steht. Da steht das drin. Da werden irgendwelche Kommandos übertragen. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, da aus irgendeinem Datenblatt das rauszukratzen, was da wirklich gemacht wird. Also für mich hat es funktioniert. Da wird wahrscheinlich dieser Chip einmal zurückgesetzt. Vielleicht werden alle Buchstaben auf Leerzeichen zurückgesetzt. Irgendwie sowas. Das wird da drin stehen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Testcode, um zu ermitteln, wie die Zeichen wirklich belegt sind. Wir haben ja überwiegend ASCII in diesem Chip mit drin. Allerdings an einigen Stellen sind japanische Zeichen drin. Oder auch die Umlaute liegen an Stellen, wo sie eigentlich so nicht hingehören. Von daher habe ich dann Zahlen generiert oder bin ich von einer Startzahl losgelaufen. Hier die 248 zum Beispiel. Und von da aus habe ich mir dann die nächsten acht genommen und habe die dann hochgezählt. Und dann habe ich geguckt, was das Display mir da anzeigt. Und da habe ich dann so eine Tabelle mir geschrieben, wo die Sachen drin waren, die ich haben wollte. Also wo die Umlaute sitzen, wo ein SZ sitzt, wo vielleicht irgendwelche speziellen Zeichen drin sind für so einen Vollblock oder sowas. Das habe ich damit rausgekriegt. Wenn wir jetzt was ausgeben wollen, müssen wir erstmal festlegen, welche Zeile wir überhaupt aktiv anfassen möchten. Wir haben hier diese Definition mit der Zeilennummer, an welche Stelle das in den Speicher geschrieben werden soll. Und das machen wir über den Kommandomodus. Und dann haben wir hier noch so eine Funktion, die die einzelnen Zeichen an den Chip überträgt, um sie dann in der jeweilig gewählten Zeile auszugeben. Und dabei wird hier das Argument, je nachdem wie man es zählt, also das erste übergebene Argument, das wird dann dort aufgelistet, wird dort hingeschrieben. Und dasselbe machen wir jetzt auch nochmal für die zweite Zeile und das mit dem zweiten Argument. Und wenn wir dann soweit durch sind, dass es keine Fehler gegeben hat, geben wir am Ende noch 0 zurück, damit sich das Programm mit dem Fehlerwert, der ja in diesem Fall kein Fehlerwert ist, 0 beendet. Das heißt, alles ist in Ordnung. Dann gucken wir hier nochmal, was das hier macht. LCD Byte. Das schreibt einzelne Bytes an das Display. Das können diese Steuercodes sein, das können aber auch Zeichen sein, die irgendwie für uns eine Bedeutung haben. Darum habe ich mir hier so eine Übersetzungstabelle gemacht. Da stehen die Buchstaben, die ich gerne hätte, also so wie E, S, Z, Ö, Ü. Dann hatten wir hier noch so ein Geteilzeichen drin, ein Mikro, also so ein My-Zeichen drin, ein Punkt in der Mitte. Da habe ich dann die einzelnen Nummern hier durch das einfach durch Ausprobieren und Mitschreiben rausgekriegt, was wo liegt. Und dann haben wir hier noch ein paar mehr, die sich in dem ISO 8859-15-15 nicht direkt abbilden lassen, die ich aber doch irgendwie interessant fand. Ja, also vielleicht für irgendwie spätere Projekte, dass ich das dann nochmal irgendwie verbastel mit irgendwas. Also da haben wir so eine Übersetzungstabelle, damit wirklich das nachher dort liegt, wo es sein soll. Damit das auch wirklich ersetzt wird, gucke ich erstmal nach, ob ich hier so ein Bit-Muster, also ich gehe hier von einem Bit-Muster aus, was ich hier übergebe. Das wird entweder so ein Kommando sein oder eben ein Zeichen, allerdings in einer Zahl-Notation, also von 0 bis 255. Und da sind verschiedene Bits gesetzt. Wir haben ja diese Bit-Operation schon mal gesehen. Also heißt das Ganze hier Bits. Und da gucke ich dann in der Tabelle nach, ob ich an diesem speziellen Bit-Muster irgendwie was finde. Denn ich habe hier so eine Tabelle, die ist 256 Elemente groß und die wird mit Nullen initialisiert. Also alles wird mit Nullen geschrieben, 256 mal. Und an einigen Stellen, wo ich jetzt explizit was setze, über so ein Äh, das wird schon umgebaut in den Zahlenwert, den es haben sollte. Und dann wird an dieser Stelle in der Tabelle bei Äh, das ist, ich sage jetzt mal 100. Wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber ich sage jetzt mal, das ist die 100. Und an die 100 in der Tabelle wird dann die 225 geschrieben und die 0, die an der Stelle vorher stand, ist damit weg. Ich gucke dann in dieser Tabelle, ob da irgendwas steht, was ungleich 0 ist. Und alles, was ungleich 0 ist, bedeutet, da müssen wir was übersetzen. Von daher nehme ich diesen Eingabe-Bit-Wert, überschreibe ihn mit dem, was an der Stelle an der Tabelle steht. Und schon habe ich das übersetzt in das, was ich eigentlich haben will. Dann muss ich das Display wiederum setzen in den Befehls- oder Datenmodus. Das setze ich über Mode an dieser Stelle an dieser Datenleitung 0 oder 1, damit dort Strom fließt oder auch nicht. Dann mache ich als nächstes hier, ich nehme alle vier Datenleitungen und die setze ich auf Low, also auf 0 Volt runter. Das ist dann die logische 0. Da steht nämlich exakt das hier, Digital Write, also ich schreibe digital auf einen Pin drauf. Also hier Datenpin 4567 und jeweils die 0 drauf. Also damit mache ich quasi so ein Reset auf allen Leitungen. Also wenn da vorher eine 1 gestanden hat, also die 3,3 Volt drauf war, ist das hinterher bei 0. So, genau, Low. So, und jetzt kommt dieser Teil mit den Bit-Operationen, mit dem Bit-Und. Und ich nehme jetzt hier als erstes die vier hohen Bits, also die mit, ja, also die hier Hexadezimal 10, 20, 40 und 80 entsprechen. Das sind die oberen. Und, ja, also das ist die Wertung, also das Höchste ist die 128, dann die 64, dann die 32 und die 16. Und indem ich jetzt das Ganze verunte, darum heißt es eben Bits, weil hier einzelne Bits betrachtet werden, das wird veruntet und hinterher gucken wir nach, ob das dem Wert entspricht. Also das, was wir da gucken konnten in ein paar Folien vorher, ob ein einzelnes Bit gesetzt ist. Und wenn das jetzt gesetzt wird, setze ich an der entsprechenden Datenleitung die 1, dass da wieder 3,3 Volt drauf sind und lege schon mal diese Spannungen an. Ich habe es allerdings da mit dem Chip noch nicht gesagt, hier, pass mal auf, da gibt es was Neues. Das kommt über dieses LCD-Puls. Ich muss jetzt noch dem sagen, lies jetzt neue Informationen ein und das macht das hier. Das wartet jetzt hier die 500 Mikrosekunden, tut es erstmal gar nichts, also gesichert nichts tun. Dann diese Taktungsleitung einmal auf 1 setzen, um dem Chip zu sagen, so jetzt lies mal was ein. Dann müssen wir auch wiederum eine definierte Zeit warten, damit er das auch wirklich verarbeiten kann. Und nachdem das abgelaufen ist, setzen wir diesen Impuls wieder runter, also auf 0 zu setzen. Und dann warten wir wiederum eine definierte Zeit. Und der Chip hat jetzt so lange Zeit hier was zu tun, also die Buchstaben zu setzen. Und hinterher braucht er noch so eine Zeit, wo garantiert nichts passiert, damit das nicht durcheinander kommt. Also da muss man sich relativ genau dran halten. Ein bisschen Abweichung ist wohl okay. Aber mit diesen 500 Mikrosekunden, da ist man dann auch richtig davor. Dann haben wir, wo waren wir da? Genau, dann haben wir die ersten 4 Bits an den Chip übertragen. Dann geht das Spielwerk quasi nochmal genauso durch. Der einzige Unterschied dabei ist, dass jetzt hier die 4 niederen Bits betrachtet werden. Also die mit Wertigkeit 8, 4, 2 und 1 werden wiederum an die richtigen Datenleitungen übertragen. Wenn die gesetzt sind, vorher natürlich wieder alles auf Low setzen und dem Chip sagen, hier lies mal neue Daten ein, verarbeite die. Okay, das ist dann, genau, also das ist es letztendlich auch, was man da mit dem einzelnen Bit übertragen macht, inklusive der Übersetzungstabelle. Dann geht es jetzt ja auch noch darum, dass man so einen Text, so eine Zeichenkette an das Display übertragen kann. Wir können ja über diese andere Funktion einzelne Zeichen übertragen, aber das ist so ein bisschen unkomfortabel. Darum habe ich ja so eine Funktion LCD String gebaut. Die nimmt eine Nachricht entgegen mit 8 Buchstaben und dann werden die Schritt für Schritt übertragen. Weil ich aber ja nicht weiß, ob diese Kommandozeilenparameter wirklich für die erste Zeile 8 Buchstaben lang ist und für die zweite auch 8, verwende ich da jetzt so einen kleinen Trick. Also ich mache mir hier eine Ausgabezeichenkette, belege ich wieder komplett mit den Nullen. Das Ding ist denn 8 Byte lang, wegen der Definition. Wir haben hier 8 Zeichen in einer Zeile und dann kopiere ich mir aus dem, was ich anzeigen will, die Buchstaben, die dort drin sind und überschreibe damit den Ausgabestring, die Ausgabezeichenkette mit den Buchstaben, soweit sie vorhanden sind. Also das beginnt bei dem ersten Buchstaben und dann wird der zweite eingeführt, der dritte und so weiter. Und bis zum Ende, soweit es geht und der Rest bleibt auf leer, auf mehr Zeichen mit der Null. Dann hier noch ein bisschen Debugcode, wo ich dann mal geguckt habe, wie lang dieser Ausgabestring ist. Mit strlen kann ich gucken, wie lang eine Zeichenkette ist. Und mir das auch nochmal ausgeben und das wird hier direkt angezeigt. Und dann muss ich diese einzelnen aufbereiteten Zeichen nur noch übergeben. Also ich fange an, erstes Zeichen, also die Null, das Zeichen, was ganz links ist und dann bis zum Ende durchgehen. Immer einen hochzählen und einzeln übertragen und das in diesem Charakter-Modus. Und so kommen die einzelnen Zeichen zum Display. Das war es dann auch für dieses Mal. Es war so ein bisschen komplizierter, weil es viele einzelne Fachgebiete miteinander so ein bisschen verwoben hat. Es ist natürlich bloß so ein klitzekleiner Ausschnitt aus jedem Fachgebiet. Also wirklich bloß das Minimum, was man jetzt wirklich für dieses Projekt da braucht. Ja, also ich hoffe, es hat euch geholfen. Also ich habe eine Menge dabei auch wiederum nochmal wieder aufgefrischt. Ich habe das vor sehr, sehr langer Zeit mal alles gemacht. Aber genau, also es war schon so ein Wiederentdecken für mich auch an Beispiel, was ich wirklich verwenden möchte. Ansonsten macht es gerne nach. Wenn ihr einen anderen LCD da irgendwo rumfliegen habt, probiert das gerne aus mit diesem Chip. Ansonsten funktioniert das alles ein bisschen anders oder auch gar nicht. Also macht es gerne nach, wenn ihr es könnt und wenn ihr Lust dazu habt. Ansonsten lasst es natürlich bleiben. Natürlich nicht vergessen hier Glocke drücken, abonnieren und bis zum nächsten Mal und tschüss.